hallo hier ist muho noch einmal vor der tür hier und noch eine frage aus dem katalog leider nehmen die fragen kaum ab die nächste frage lautet hallo lieber muho ich schaue erst kurz den videos bin fasziniert von deiner person deswegen möchte ich dir gerne eine persönliche frage stellen wo und wie war der erste funken in deinem geist ich bin buddhist ich behaupte von mir ich bin buddhist obgleich ich noch nie in einem tempel war es war aber nicht meine entscheidung umstände haben dazu geführt darum frage ich mich warst du denn nicht schon buddhist bevor du ein mönch wurdest liebe grüße aus wien ja erstmal vielen dank nach wien für die frage die kurze antwort ist ich würde das in meinem fall so nicht ausdrücken ich bin mir selbst heute noch nicht so sicher bin ich eigentlich ein buddhist ich werde ja oft als buddhist angesprochen wenn man mich jetzt wenn man mich jetzt fragen würde was ist eine religions zugehörigkeit dann würde ich vermutlich sagen ja buddhist soweit ich das beurteilen kann also ich war ja 20 jahre da klostervorsteher und bin seit 30 jahren mönch wenn man das so nennen kann ordinierter sendpriester insofern ich schätze mal ich bin buddhist aber immer wenn ich gefragt werde du als buddhist glaubst wahrscheinlich oder was sagst du als buddhist dann frage ich mich ja was ist damit gemeint die leute sind nicht nach meiner meinung fragen nicht nach meiner meinung sondern sie fragen nach der meinung von muho als buddhisten ich verstehe das nicht mehr was da noch zum muho dazu kommt damit der muho zum buddhisten wird beziehungsweise ja was macht mich zum buddhist wann wurde ich buddhist bin ich heute wirklich buddhist ich bin mir da so nicht sicher und ich habe über das thema ganz am anfang dieser serie gesprochen wenn es dich interessiert geht zu meinem kanal oben rechts in die suchfunktion gibt mal das wort buddhist ein es gab am anfang so nach einem monat oder so das heißt anfang oktober 2020 ein video mit dem titel wie werde ich buddhist und da spreche ich genau über dieses thema ich glaube ich sage dann da müsstest du einen buddhisten fragen ich weiß es nicht das hat viele überrascht auch einige geärgert du kannst doch nicht behaupten du bist kein buddhist ich behaupte auch nicht dass ich kein buddhist bin aber ich weiß halt nicht wenn ich buddhist bin und ich bin gerne buddhist also wenn ihr sagt der muho ist natürlich buddhist dann bin ich damit zufrieden aber ich wüsste jetzt nicht was mich zum buddhisten macht also ich habe das problem auch so ein bisschen wenn es jetzt zum beispiel ums gendern geht bin ich ein mann bin ich eine frau ich würde sagen vermutlich ein mann soweit ich das beurteilen kann biologisch auf alle fälle und wenn es jetzt um das gender geht ich ja vermutlich ein mann aber ich weiß es nicht es wird ja oft gesagt genders nun konstrukt damit kann ich gut leben gender ist nur ein konstrukt wenn ich mich wenn ich jetzt aber gefragt werde bist du bist du ein cis mann dann wäre für mich die frage ja und und vermutlich ja vermutlich bin ich das was du meinst mit einem cis mann denn ich bin ein biologisch bin ich ein mann und damit habe ich keine probleme so zu sagen andererseits also was mich da ein bisschen immer verwirrt ist wie würde ich zu einer oder was würde mich von dem der ich bin unterscheiden wenn ich jetzt ein trans frau bin was wäre der muro als trans frau im unterschied zum muro als cis mann biologisch würde uns nichts unterscheiden und gender ist ja nur ein konstrukt das heißt gendermäßig würde uns auch nichts unterscheiden soweit ich das verstehe außer vielleicht ein konstrukt ne also der eine muro würde sagen ich bin eine frau und der andere muro würde sagen ein mann und der tatsächliche muro hier sagt ich verstehe die frage gar nicht so richtig also biologisch ja aber was ich dann gendermäßig sein soll ich verstehe die frage nicht andererseits scheint es vielen leuten heute sehr wichtig zu sein dass man sich da festlegt und genau sagen kann ob man jetzt trans ist oder cis ob man mann ist oder frau oder queer oder plus oder beides genauso wie bei rassen oder es wird ja oft gesagt es gibt keine rassen es gibt nur eine menschenrasse aber es gibt keine verschiedenen menschen rassen es gibt nicht die asiatische rasse die kaukasische weiße rasse es gibt keine schwarze rasse sondern es gibt nur menschen und dann im nächsten oder gleichen atemzug wird behauptet oder gesagt ein weißer cis mann hat überhaupt kein recht sich anzumaßen die gedichte einer schwarzen dichterin zu übersetzen das wäre ja aneignung und ich erfinde das jetzt nicht das ist etwas was vor ein paar jahren durch die medien ging darf sich ein weißer ich glaube es war ein baske das überhaupt anmaßen die gedichte einer jungen amerikanischen dichterin mit afrikanischen wurzeln zu übersetzen und die antwort war damals nein das wäre politisch unkorrekt insofern also wenn mir die frage gestellt bist du jetzt buddhist oder nicht für mich ist das kein irgendwie so ein teil meiner identität dass ich irgendwann eines morgens aufwachte und wusste ich bin buddhist ich war noch nicht mal in japan ich war nicht ordiniert aber ich weiß das ist teil meiner identität offenbar ist es bei dem fragesteller anders der wusste schon obwohl er nie in einem tempel war irgendwann mal durch die umstände er ist buddhist das ist etwas was ich so nicht teilen kann aber ich will nicht verleugnen dass es für manche leute so ist die wachen eines morgens auf und sie wissen ich bin ein mann oder ich bin eine frau und bei dem einen stimmt es dann mit dem geschlecht überein mit dem biologischen und bei dem anderen stimmt es vielleicht nicht mit dem biologischen geschlecht überein mir fehlt diese erfahrung so ich wache morgens nicht auf und weiß ich bin ein mann wenn ich dann pinkeln gehe okay dann merke ich oh zumindest biologisch bin ich ein mann aber gendermäßig aber wir müssen jetzt nicht wieder auf diese thematik kommen also bin ich ein buddhist ich weiß es nicht wenn ich die frage noch ein bisschen interessiert suchfunktion buddhist eingeben und du findest videos zu dem thema danke für die frage dann fürs zugucken tschüss zu zu